Bernard Magret ist Besitzer einiger großer Bordeaux-Weingüter, unter anderem vom Pape Clément. Seit 1999 ist er auch der stolze Besitzer des Salz Grand Cru klassifizierten Chateau Latour-Carnet. Inzwischen hat er dem Weingut zu altem Glanz verholfen und erzeugt hier einen klassischen Médoc. Der Wein strahlt eine große Eleganz und durch den hohen Merlot-Anteil auch eine enorme Samtigkeit aus. Das hier ist großer Bordeaux in einer großen Flasche für wenig Geld.